§ 263a Computerbetrug Wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Programm Ein Programm ist eine durch Daten fixierte Arbeitsanweisung an den Computer. Unrichtige Gestaltung Das Programm ist unrichtig gestaltet, wenn es vom Willen des Vermögensinhabers, der die Datenverarbeitung betreibt oder betreiben lässt, unbefugt abweicht. Gestaltung Gestaltet werden kann ein Programm sowohl durch seine Konzeption als auch durch nachträgliche Veränderung einzelner Ablaufschritte, wie z.B. löschen, hinzufügen oder überlagern. Daten Daten sind alle kodeierten und kodeierbaren Informationen, unabhängig vom Verarbeitungsgrad. Unrichtig Daten sind unrichtig, wenn die in ihnen kodeierte tatsächliche Information nicht der Wirklichkeit entspricht. Unvollständig Unvollständig sind Daten, wenn sie den betreffenden Lebenssachverhalt nicht hinreichend erkennen lassen. Verwendung Daten werden verwendet, wenn sie in einen beginnenden oder bereits laufenden Datenverarbeitungsprozess eingegeben werden. Sogenannte Input-Manipulationen Unbefugte Verwendung von Daten Eine Verwendung von Daten ist unbefugt, wenn im Falle einer Vorname gegenüber einer Person eine ausdrückliche oder konkludente Täuschung bzw. eine Täuschung durch Unterlassen einer Aufklärungspflicht vorliegen würde. Sogenannte Täuschung Sogenannte Täuschungsequivalente Auslegung Unbefugte Einwirkung Als unbefugte Einwirkung sind alle Eingriffe zu verstehen, die die Informationsverarbeitung beeinflussen gegen den Willen des Berechtigten. Datenverarbeitung Eine Datenverarbeitung ist ein technischer Vorgang, bei dem durch Aufnahme von Daten und ihrer Verknüpfung nach Programmen bestimmte Arbeitsergebnisse erzielt werden. Beeinflussen Das Ergebnis wird beeinflusst, wenn eine der im Gesetz genannten Handlungen in den Verarbeitungsvorgang eingreift, seinen Ablauf irgendwie mitbestimmt und eine Vermögensdisposition auslöst. Beeinflussen